Ich bin Jai Anders und ich arbeite als Designerin und Illustratorin in Zwisch. Ein wichtiger Anhaltspunkt war daher auch immer das Stoßmuseum Basel. Für die Kreativität brauche ich sehr viel Input und da spielen auch Museen eine wichtige Rolle. Ich habe mich für das Werk von Charlie Jeffy Otherwise entschieden, weil es mich auf verschiedensten Ebenen sehr anspricht. Es hat eine extreme Vielfältigkeit und visuell verschiedene Ebenen, die mich als Betrachterin direkt in den Prozess der Künstlerin eintauchen lassen.